Das Spinnakerbergen beginnt immer mit dem Setzen der Fock. Ob dann der Spinnaker auf der Le- oder der Louv-Seite geborgen wird, das spielt eigentlich keine große Rolle. Dafür gibt es die verschiedenen Manöver. Beim Regattasegeln ist es üblich den Spinnaker an Backbord zu bergen, weil wir ihn an Backbord auch wieder setzen wollen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.